Blech. Brell? Blech. Was brell machen? Was wird brell machen? Foul. Foul. Nordkurve. 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 Goalgetter. Goalgetter. Weltmeister. 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 Champions League. Champions League. Pfannkurve. Pfann? Pfannkurve. Schwarz, weiß, grün. Schwarz, weiß, grün. Was? 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 Blechernis. Was? Blech. 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 Was? Blech? Brell? Blech. 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 Was brell machen? Was wird brell machen? Was wird brell machen? Der geht nicht mit seinem Sohn. Also der ist zweieinhalb. Was? Blechernis. Was? Blechernis. Bleer. Was? Blech. 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 Was ist das für ein Wort? Ich kann die sofort nicht. Ich auch nicht. Was ist das für ein Wort? Das ist das, was Max immer sagt. Was Blechernis. Das habe ich nie gehört. 13 Jahre in Deutschland. Was ist das für ein Regime. Ich weiß nicht, was ich in den Pornos lande. Was ist das für ein Wort? Vielen Dank.